hey leute herzlich willkommen zur nächsten folge zum let's play vom spiel commander conquer alarmstufe 3 der aufstand ja die letzte folge konnte ich doch ein bisschen dominieren einmal psi dezimeter und chronosphäre hat der gegner die chronosphäre wäre es weniger schlimm aber hier der pci dezimeter oder was halt heißt machen wir schon angst nicht eine einheit wird angegriffen was sollen wir erledigen haben hier ist alles recht das bei alle meine kampfschiffe hey wo fliegt sind oh ich sie holt es bei vier konflikt sind alle gleich alle gleichseite okay sind unterwegs hier unten ist ja auch noch eine järzmühle aber schade feindliche einheiten entdeckt komme ich da hin überhaupt das ist die frage ja ja so was haben wir denn fragen ja aber also alle vier was sollen wir erledigen ja mir ist alles recht erstmal fliegt sie vier gleich so genau dann fliegt sie mal da rauf okay sind unterwegs was hier vorne los ist ist egal ne doch nicht eine einheit wird angegriffen erst mal zurückkommen da ist eine komische fliege dran hier hinten zu die schusswerften äh flughäfen flughäfen wird sie repariert oder machen wir so Squad 3 Squad 3 hierher eine einheit wird angegriffen unser stützpunkt wird angegriffen ja ja alles wird angegriffen einheit verloren schütz 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 jawoll geht doch wieder zurück schütz 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 nicht zurückziehen ok sind unterwegs feindliche einheiten entdeckt ja natürlich habt ihr die entdeckt ja man ist alles recht jagt sie zum Teufel da spielt so einen Teil Eine Einheit wird angegriffelt, Protonen-Collider bereit. Feindlicher Infiltrator... Halt weg, 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 weg. Ich spüre so ein komischer Kopf. Ultra-Zeitbombe bereit. Ultra-Zeitbombe. Position wähl. Warte mal, das ist Code 1. Hier, hier. Ah, sicher nicht. Feindliche Einheiten entdeckt. Code 3, da, hier. Code 1. Da ist er. Zerstört. Wieder zurück. So, Squad 3. Squad 3 jetzt dann nach oben. Unterwegs. Ah, der eine ist immer noch beschädigt, ne? Nicht gut. Es sind irgendwelche Feinde, ne natürlich nichts. Feindliche Einheiten entdeckt. Und jetzt da hier. Grünes Licht, Jungs. Eine Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Ah, hat nichts gebraucht. Können wir loslegen? Was gibt's geiles? 18 Sekunden habe ich noch. So, das muss ich härteren Collider aktivieren. Schieß. Ja. Jawoll. Erledigt das Pack. Eigentlich der Infiltrator geortet. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, sie zum Teufel. Austoben. Ich bringe den Müll raus. Scheiße, Einheit verloren. refuse werden. Erledigt das Pack. chatting. Scott 1. Ein planner kreis. Natürlich wird die Einheitangriff von dengoasen. Barcode. Die Crew in der Sphäre zerstören. Feindlicher Infiltrator geortet. Apollo-Jäger, kampfbereit! Ich lebe dieses Geräusch! Ja! Eine Einheit wird angegriffen. Schon unterwegs. Verstanden! Der Himmel sieht gut aus. Sehr schön. Könnt ihr euch wieder zurückziehen? Muss nachladen. Muss nachladen, ja. Feindlicher Infiltrator geordnet. Wollen wir den Feind einheizen? Du zerstörst mir alles was rumläuft. Präzisionsangriff bereit. Jagd sie zum Teufel! Jawoll! Sehr schön! Ja, Gebäude... Wo kommt der her? Kommander, verstanden! Wir haben ihn! Wie viele haben wir gebaut vor dem Teil? Geht's doch kommt! Was ist hier? Schiss wirft! Warte mal, Sekunde 3, was ist 3? Achso! Einfach alles zerstören! Easy! Jawoll! Und wieder zerstört! Kannst du wieder zurückziehen! Feierabend! Worum geht's? Schieß halt! Schieß halt! Auf wen schießt du da? Junge! So, jetzt ein paar Einheiten nehmen und angreifen, oder? Wir werden sie erlösen! Ist er noch vollständig, oder wie? Ja, anscheinend! Und weiter! Halt zu! Sie wollten es so! Zwei! Sie werden sich fügen! Halt zu auch umschalten! Wir müssen vorsichtig sein! Kein Grund zur Sorge! Was können wir für Sie tun, Sir? Wie immer einsatzbereit! Wie immer einsatzbereit! Was Sie kann! Was Sie kann! Ich bin einsatzbereit! Nur ein Gebäude, oder wie? Feindlicher Infiltrator geortet! Sie werden sich fügen! Ja, ja! Tut nix! Willen wir spielen! Eine Einheit wird angegriffen! Okay! Wird sagen, falls ihr mal Land einwärts! Äh... Stopp! Wird gebaut! Feindlicher Stützpunkt entdeckt! Ja, wir sind hier! Ist schon wieder so ein Teil, ey! Gibt's ja gar nicht, oder? Sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen! Wir regeln das! Was ist mit daher? Schalte es in den Modus an! Schieß auf alles, was sich bewegt! Bringen wir die Sache zu Ende! Eine Einheit wird angegriffen! Ultrazeitbombe bereit! So! Squad! Squad 2! Vorrücken! Wir könnten immer wieder so ein Teil bauen! Gibt's ja gar nicht, oder? Ah, hier ist noch ein Bauhof! Squad 1 ist unterwegs! Halt! Squad 2! Ich bin da! Ah! Daneben! Neu positionieren! Eine Einheit wird angegriffen! Eine Einheit wird angegriffen! Vorrächtig! Und weiter! Nein! Meines Vaters Erbe! Japans Schicksal! Es war alles vorbereitet! Ja! Mission erfolgreich! Sehr schön! Ich bin froh, dass Sie unversehrt sind, Sir! Tatsu hat uns so was von überrascht! Wir hätten wissen müssen, dass er etwas plant! Wenn er sein Ziel erreicht hätte, hätte er seine gesamte Militärmacht reaktiviert! Allein ihnen ist es zu verdanken, dass sein Vorhaben gescheitert ist! Die Welt steht tief in ihrer Schuld! Ich danke Ihnen, Commander! Nicht zu danken! Ja, wie immer, die Statistiken sind immer interessant! Da sieht man, ein paar Gebäude verloren zwischendrin! So, meine Stimme versorgt schon wieder! Strukturen! Ja, egal! Ressourcen! Am Ende dann wesentlich mehr! Verlorene Einheiten, äh, verlorene Strukturen! 17! Stellstrukturen! 46! Ja, schon mal eine bessere Quote wie letztes Mal! Einkünfte pro Minute! 2.099! Ja, nicht gerade das Beste! Gesammelte Erze! 207.000! Naja! Effizienzquote 3,22! Naja! Eigentlich alles nicht so berauschend! Eine Struktur wie verkauft! Juhu! Das war der eine Bauhof! Erstellte Einheiten, 190! Verlorene Einheiten, 153! Das ist schon mal eine sehr schlechte Quote! Äh! Einheiten besiegt verloren! 3,16! Ja! Ja, wie gesagt, alles nicht so berauschende Zahlen! Hm! Aber egal! Egal! Bei der nächsten Mission wird alles besser! Haha! Also würde ich sagen, war es das für diese Folge! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder! Wenn es heißt, let's play! Command & Conquer! Alarmstufe Rot 3! Der Aufstand! Also, macht's es gut! Bis dann! Ciao! 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 Ciao!